Nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris und den Paralympics folgt jetzt nun die Schach-Olympiade. Mit dabei ist unser prominentes deutsches Schach-Team. Mit von der Partie sind da Federik Swane, Alexander Donschenko, Vincent Keimer, Matthias Blübler und Dimitri Koldas. Alles was ihr dazu wissen müsst, folgt jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Das sind unsere 5 besten Spieler Deutschlands in Begleitung mit Großmeister Jan Gustafsson als Bundestrainer. Die aufgerufen worden sind, eine Medaille nach Deutschland zu holen. Und zwar ist das Turnier morgen schon am 11. bis zum 22. September. Es geht um Gold, Silber oder Bronze. Ganz klassisch für die Olympischen Spielen auch. Und es ist ein Team-Turnier. Das heißt, es spielt keiner für sich selbst. Es ist ein Mannschaftsspiel und zwar 4 gegen 4. Es sind zwar 5 nominiert, aber ja, einer ist im Ersatz. Es ist ein anstrengendes Turnier. Es ist eine klassische Bedenkzeit. Also, die spielen hier mit 90 Minuten plus 30 Sekunden Increment. Und ja, es ist ein Mannschaftswettbewerb, wo jetzt quasi sehr viel Prominenz da ist. Mit dabei sind unter anderem Spieler wie Fabiano Caruana. Top-Spieler, Vize-Weltmeister. Auch von Eric Geiss, die Aufstreben des Talenters Indien. Vahyi, bester chinesischer Spieler zur Zeit. Boah, Ding Liren sogar. Ding Liren ist übrigens auch dabei. Dazu kommen wir später. Und ja, ihr könnt schon die ganzen Spieler sehen. Auch Magnus Carlsen ist dabei. Und ja, wir sehen hier Vincent Calma mit als Starrolle, als ausgewählter Spieler von Jazz.com. Sehr, sehr cool. Die ganzen Mannschaften, die mitspielen, sind 190 Stück. Und die Top-Ten schauen wir uns jetzt erstmal mal an. USA wahrscheinlich das prominenteste Team. Mit dabei hier natürlich Fabiano Caruana, Wesley So. Und leider nicht Weltrangliste Nummer Zweiter. Auch im klassischen Schach ist Nakamura nicht dabei. Leider ist anscheinend nicht so sein Interesse. Dafür spielt Lennier Dominguez und Levon Aronjan. Also das Team besteht einfach aus Weltklasse-Spielern mit Spielern, die öfters in der Top-Ten waren und immer noch sind. Ray Robson ist so der Einzige, der sich noch nicht in der Top-Ten der Welt, rede ich gerade davon, etabliert hat. Aber ein Spieler mit, wir können uns mal kurz anschauen, 2700 Elo, sehr, sehr stark. Weil er nicht dabei ist, ist Hans Niemann. Auch US-Amerikaner, wurde nicht eingeladen oder ausgewählt vom USA-Team. Hat vielleicht seine Gründe für sich oder von den Spielern, ich weiß es nicht. Schade, aber gut. Das zweitbeste Team, Indien, auch sehr, sehr spannend. Aron Adi Gaisi und Gukesh. Gukesh ist der Weltmeister-Challenger, der Ende des Jahres Dingle-Rennen. Zu einem Weltmeister-Kampf herausfordert. Und ja, wenn wir das sehen, sind alles junge Leute. Also Pragnananda, Widdet, außer Pentalhare-Krisha, der Einzige, der wirklich Erfahrung hat. Ein sehr, sehr spannendes Team. So immer einer der Favoriten natürlich, auch als Zweitgesetzter. Und wir haben die Chinesen. Die Chinesen spielen mit Wai Yi. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt die endgültige Reihenfolge ist, wie die Leute gegeneinander spielen. Aber im Prinzip spielt immer der 1-1-Gesetze gegen den 1-1-Gesetzen der anderen Nation. Und 1-1 steht hier Wai Yi. Ich denke mal, es ist nach Elo sortiert, was mich auch sehr geschockt hat. Denn Wai Yi ist der beste chinesische Spieler zurzeit mit einer Elo von 2-7-62. Vor Dingle-Rennen, der nur noch eine Elo von 2-7-36 hat, der auch früher eine Elo von über 2.800 hatte, hat deutlich, deutlich abgebaut jetzt nach dem Weltmeisterkampf. Mal schauen, in welcher Form er sich befindet. Gerade auch vor dem Weltmeisterkampf gegen Gukic. Interessanterweise spielt auch Gukic auf Blatt, oder ist zumindest auf Blatt 2 aufgelistet. Mal schauen. Ich weiß noch, dass Gukic letztes Jahr einen unglaublichen Lauf hatte auf Blatt 1 und fast ungeschlagen. Also ich glaube, der hatte 5 aus 5, sogar gegen Fabiano Caruana gewonnen. Und hat dann eine Partie mal blöd verloren. Aber wirklich 80% auf Blatt 1 geholt, was überragend war. Und ja, Dingle-Rennen haben 2 Yu Yangi, auch ein älterer chinesischer Spieler. Bu, Shang-Chi und Wang Yu. Nicht so die bekanntesten Spieler. Kaum welche, die sich in der Top-Tammer etabliert haben. Wai Yi und Dingle-Rennen da die spannendsten. Und Yu Yangi vielleicht auch noch. Bu, Shang-Chi und Wang Yu sind eher so die Schwachpunkte vom chinesischen Team. Was natürlich Quatsch ist. Denn ja, der Bu, Shang-Chi hat auch hier auch passende Elo von über 2,6. Knapp 2,7. Also sehr, sehr starkes Team. Wir sehen hier, die Nationen mit der größten Population sind auch auf 1, 2 und 3 vertreten. Danach kommt Usbekistan. Immer mal wieder ein Geheimfavorit. Angeführt von dem Super-Talent Noribek Abtusat-Torov. Schwieriger Name. Aber ja, 19 Jahre alt. Jahrgang 2004. Und eine Elo von 2,7, 66. Also der ist auch schon der Weltranglisten 6. Unglaublich stark schon in dem Alter. Hat glaube ich nicht so viel Anerkennung. Also nicht negativ gemeint. Aber ja, man hat ihn nicht so auf dem Schirm wie andere Spieler wie Feruja Alireza oder so. Aber ja, Usbekistan auch ein sehr starkes Team. Niederlande, da der prominenteste Spieler auf jeden Fall Anishkiri. Öfters mal in der Top-Ten gewesen. Und vielleicht immer noch in der Top-Ten bin ich... Ne, auch nur noch Weltranglisten 22. Krass. Also 2,7, 24 nur noch. So, ja. Jetzt kommt die neue Generation. Hier auch ein sehr älteres Team. Jordan van Vollen ist noch einer der Jüngeren. Und Max Mamadon. Zwei Junge. Anishkiri gehört meiner Meinung nach schon den sehr ältesten. Und Erwin Lamir und Benjamin Bock. Eher erfahrene Spieler. Auch ein sehr spannendes Team von der Niederlande. Und klar, Norwegen. Natürlich mit Magnus Carlsen am 1-Gesetz. Und ja, danach kommt Ariantari, Johann Sebastian Christensen. Auch sehr, sehr starke Spieler. Wenn wir hier den Zweitgesetzen sehen. 2,6, 61. Und Ariantari war auch mal Jugendweltmeister. Hat ein Rating von 2,6, 42. Also auch ein sehr starkes Team. Und ja, machen wir kurz einen Schnelldurchlauf. England, Michael Adams, Kettmann von früher. Nikita Vitjogov, der früher unter der Russischen Föderation gespielt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob Russland dabei ist aufgrund des Ukraine-Kriegs. Aber er hat auf jeden Fall die Nation oder die Föderation gewechselt. Und spielt jetzt für England. Auch ein sehr spannendes Team. David Howell, ein sehr bekannter Kommentator. Polen wird angeführt wahrscheinlich von Jan Christoph Duda. So ist es. Und Wojtaschek. Zwei starke Spieler. Und Iran, noch vor den Deutschen mit Paramax Sudlu. Nicht mal Alireza Ferruja, der jetzt für Frankreich spielt. Frankreich nicht in der Top 10. Ich bin mir dann auch gar nicht sicher, ob die beiden spielen. Ferruja und MWL. Aber ich denke eigentlich schon. Sehr, sehr spannendes Duell. Und ja, die Deutschen können wir uns jetzt gerne mal anschauen. Natürlich, Vincent Kaiman 1, Dimitri Kollas, Matthias Blüblau, Frederik Swann und Alexander Donchek. Sehr, sehr vielversprechendes Team. Jan Gustafsson sprach von, ja, alles was keine Medaille ist, ist eine Enttäuschung. Finde ich ein bisschen übertrieben natürlich. Aber er sieht in seinem Team sehr, sehr viel Potenzial. Vertraut der Mannschaft. Und ja, ich finde diese Ambition cool. Sehr, sehr spannend, was zu sehen wird. Genau, wo wird es übertragen? Ja, auf Twitch-Shop, verschiedenen Streams, YouTube. Und ganz wichtig für euch. Wir werden jetzt jeden Tag ein Video dazu machen. Das heißt, der Taipan ist so, dass die Schach-Olympiade immer um 15 Uhr beginnt. Außer am letzten Tag. Da ist sie um 11 Uhr. Aber das heißt, so circa um 20 Uhr, je nachdem, wann die Partien zu Ende sind, könnt ihr euch darauf einstellen, dass ihr ein Video von uns anschauen könnt, wo wir die Highlights von dem Tag anschauen. Mit dem Fokus natürlich auf die deutsche Nationalmannschaft. Sehr, sehr spannend, was die reißen werden. Ja, es sind elf Runden. An einem Tag ist Pause. Ich bin mir gar nicht so sicher, wann. Und hier sehen wir das Turnierformat. Also, Spieler von jedem Brett einer zu spielen gegen das entsprechende Brett der gegnerischen Nation. Ich glaube, es ist selbst erklärt. Brett 1 spielt gegen Brett 1. Brett 2 gegen 2. Und es sind immer 4 gegen 4. Und die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten plus 30 Sekunden Inkrement. Also, pro Zug kriegt man 30 Sekunden nochmal dazu. Und 30 Minuten zuschlagt, wenn man 40 Züge geschafft hat. Die Matches werden durch die Summe der Punkte aller Teammitglieder entschieden. Das heißt, bei einem Sieg gibt es einen Punkt. Bei einem Rimin halben Punkt. Für einen Mannschaftssieg braucht man also mindestens zweieinhalb Punkte. Bei zweieinhalb Punkten kriegt das Team zwei Punkte. Also zwei Mannschaftspunkte in der Wertung. Und bei einem 2-2 Unentschieden ein Punkt. Und bei einer Niederlage keinen Punkt. Das Team mit den meisten Matchpunkten am Ende des Zunis gewinnt die Schach-Olympiade. Wo findet diese statt? Sie findet in Budapest statt. Gibt hier das schöne Bild. Sehr, sehr schöne Stadt. Ich denke, viele von euch werden die auch gesehen haben. Sieht sehr vielversprechend aus. Und ja, Platz 1. Dementsprechend Gold, Silber und Bronze. Zu Geldpreisen steht hier nichts. Weiterhin spielen einzelne Spieler um eine Medaille pro Brett. Also der beste Spieler auf Brett 1 kriegt eine Medaille. Und der beste Spieler auf Brett 2. Und da gibt es auch Gold, Silber und Bronze. Und ja, das Punktesystem und so. Alles, glaube ich, ganz gut erklärt. Ich will auch kein zu langes Video dazu machen. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem deutschen Team erwartet. Wo ihr auch eure Favoriten seht. Spielt wieder Indien vorne mit. Ich glaube sogar, dass sie Titelverteidiger sind. Ist es die USA, die hier mit ihrem prominenten Team sich durchsetzen können? Manchmal ist es gar nicht so leicht gewesen. Also, erfahrungsgemäß in den letzten Jahren haben sich die USA nicht sehr leicht durchsetzen können. Beziehungsweise hatten ihre Schwierigkeiten. Indien hat natürlich immer hier Riesenpotenzial mit ganz vielen jungen Spielern. Und China, ja, China ist einfach China. Weil ihr Ding Li Ren und so, braucht man nichts sagen. Auch natürlich ein sehr, sehr spannender Kandidat. Oder wird es halt ein Außenseiter wie Usbekistan oder Geheimfavorit. Norwegen bin ich auch immer gespannt, wie Carlsen seine Mannschaft durchzieht. Aber es ist halt ein Mannschaftsturnier, wo es nicht nur um einen Spieler geht. Und die Deutschen, ganz, ganz spannend. Und Jan Gustavsson erwartet eine Medaille. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Wir werden sehen. Folgt gerne unseren Kanal. Lasst einen Kommentar da. Kommentiert, was ihr wollt auf diesem Video. Und wir freuen uns auf die nächsten Tage mit euch. Viel Spaß. Ciao.